Hallo, mein Name ist Oliver Herrmann. Ich bin Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie der Hessing Stiftung Augsburg. In der heutigen Sendung geht es um den Schenkelhalsbruch. Die Schenkelhalsfraktur ist ein beckennaher Bruch des Oberschenkels. Der Bruch ist knapp unterhalb des Hüftkopfes lokalisiert und führt zu einer akuten Steh- und Gangunfähigkeit. Die Schenkelhalsfraktur ist typischerweise eine Verletzung des alten Menschen über 70 Jahre. Ursache bei den älteren Menschen ist oft ein Bagatellsturz aus dem Stand oder Gang auf den Oberschenkel. Oft tragen mehrere Faktoren wie zum Beispiel Muskelschwäche, Geh- oder Koordinationsstellungen oder Untergewicht oder Osteoporose, um nur einige zu nennen und dazu bei, einen derartigen Bruch in diesem Alter zu erleiden. Bei den jüngeren, aktiven Patienten liegt zumeist eine hohe Sturzenergie wie zum Beispiel Sturz aus größerer Höhe vor. Zur Behandlung der Schenkelhalsfraktur stehen mehrere operative Therapieverfahren und eine konservative Therapie zur Auswahl, wobei generell die operative Therapie das Verfahren der Wahl darstellt. Das heißt, die konservative Therapie kommt selten zum Einsatz. Da in der Regel ältere Menschen diesen Bruch erleiden, werden hier nahezu ausnahmslos hüftgelenksersetzende Verfahren angewendet. Das bedeutet, dass den betroffenen Menschen ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wird. Bei den jüngeren Menschen hingegen wird, sofern es das Bruchmuster zulässt, ein hüftgelenkserhaltenes Operationsverfahren gewählt. Hierbei wird oft eine Verschraubung des Schenkelhals vorgenommen. Die konservative Behandlung kommt sehr selten zum Einsatz. Voraussetzung dafür ist entweder eine relativ stabile Bruchform des Schenkelhalses oder ein zu hohes Operationsrisiko oder auch Wunsch des Patienten. Das Hauptziel der Behandlung der Schenkelhalsfraktur ist die schnellstmögliche Wiederherstellung der schmerzfreien oder schmerzarmen Mobilität, um zum einen eine gefürchtete Komplikation, welche aus der Immobilität entstehen, wie zum Beispiel Lungenentzündung, Thrombose oder Embolie zu vermeiden und zum anderen den älteren, betagten Menschen wieder in sein gewohntes Umfeld bzw. seine Selbstständigkeit zu bringen. Es gibt einige präventive Maßnahmen, welche das Sturzrisiko älterer Menschen senken können. Ich möchte hier nur einige nennen, in meinen Augen wichtige aufführen. An erster Stelle gilt es auch im hohen Alter körperlich aktiv zu bleiben, Untergewicht zu vermeiden und gezieltes Kraft- und Koordinationstraining regelmäßig auszuführen. Daneben sollte das Sehvermögen und Medikamenteneinnahme turnusgemäß überprüft werden. Zuletzt kann die Optimierung äußerer Faktoren, Schuhwerk, Vermeidung von häuslichen Stolperschwellen wie zum Beispiel Teppiche oder eine ausreichende Beleuchtung der Wohnung vor allem nachts oder Verwendung von Handläufen auch dazu beitragen, dass das Risiko, eine Schenkelhalsfraktur zu erleiden, maßgeblich reduziert wird. Faktoren, Schuhwerk, Vermeidung von Heuschenberg, Schuhwerk, Vermeidung von Heuschenberg. Untertitelung des ZDF, 2020